Ja moin, heute ging es ein bisschen früher raus, wir haben eine dicke Lieferung für Pick und Abfahrt bekommen. 5 Uhr, 38 Uhr. Moin, moin. Ja, wir haben uns einen halben LKW voll potenzieller Couchtische gekauft. Mal im Radladder, ne? Ich habe hier auch noch so einen Speziellhutwagen für dich, gell? Ja, genau. Ja, zu spät war Finn nicht, aber nachfragen kostet ja nichts. Klinsi, bist du rechtzeitig da? Als cool bist du wach? Boah, was? Was ist denn da? Moin. Na, Kisi? Warum so früh? Ist das deine Zeit? Meinst du das ernst? Was hast du heute noch vor? Dann bist du wach, warum? Ja, dann konnte es endlich losgehen. Jupp, es ging schnell. Ja, beim ersten Haufen kann man sich natürlich schon mal ein bisschen verschätzen. Danach lief das aber alles super. Alle waren eingespielt, Finn hat die Dinger rausgedönert, oben wurden die Dinger auf der Ameise verschoben und ich habe zugeguckt. Dann waren wir auch ruck-zuck fertig. Auch LKW-Fahrer. Ja. Ich. Ja? Ist so. Ja. Klampfleistung, ohne Scheiße. Willst du mir helfen? Du Duli, ja? So, jetzt muss man noch vom Abladeort ins Lager fahren. Ich habe da schon mal alles Schiko gemacht. Das Problem ist, der Berufsverkehr geht jetzt los und Klinsy hat so einen riesen Zwei-Meter-Haufen da. Ich hätte nicht gedacht, dass hier morgens direkt so viel los ist. What? Der wird richtig am Kacken, Alter. Du musst da jetzt zehn, elf Mal fahren. Jo, geil. Schön, Klinsy. Ja, Stück für Stück haben wir das Lager dann vorgestellt. Ich habe die Karre danach wieder ins Kliemannsland gefahren. War ein bisschen länger, aber whatever. So kann man seinen Tag starten. Euch einen schönen Tag.